Hallo, mein Name ist Daniel Besteheide und ich stelle Ihnen heute den elektrodraulischen IWN-Bustürantrieb ISTE 2.0 vor. Der ISTE 2.0 ist ein elektrodraulisches Türantriebssystem für Stadtbusse. ISTE steht dabei für Innenschwenktüre. Aufgrund des großen Schwenkwinkels von 153 Grad ist er aber auch für Außenschwenktüre geeignet, zum Beispiel für Überlandfahrzeuge oder Minibusse. Die erste Generation des Antriebes ist seit 2016 erfolgreich im Markt. Dies stellt jetzt die Nachfolgegeneration dar. Das Grundprinzip des ISTE-Antriebes ist simpel. Ein Gleichstrommotor treibt das System an, die Drehrichtung und die Drehzahl entscheidet dabei über das Öffnen und Schließen der Türe. Die Besonderheit gegenüber marktüblichen Getriebellösungen ist eine hydraulische Getriebeübersetzung auf die Abtriebswelle. Dazu hat IWN ein einzigartiges, einfaches Mikrohydrauliksystem entwickelt. Der Elektromotor treibt eine innenliegende Zahnradpumpe an. Die Pumpe fördert das Öl auf einen Schwenkkolben, der mit der Abtriebswelle verzahnt ist. Die Menge des geförderten Öles entscheidet damit über die Drehzahl der Abtriebswelle, die mit der Tür gekoppelt ist. Unser hydraulisches System hat gegenüber mechanischen Alternativen erhebliche Vorteile. Die dämpfenden Eigenschaften des Hydraulikmediums sorgen für einen ruhigen und kontrollierten Türlauf, der selbst in Hanglagen nicht beeinträchtigt ist. Durch die ausgezeichneten Eigenschaften des Öles funktioniert das System in Temperaturbereichen von minus 40 bis plus 80 Grad ab der ersten Türbewegung problemlos. Das Hydrauliksystem hält sehr hohem Druck bei äußerer Kraftanwirkung stand. Die geschlossenen Türen sind dementsprechend besonders vandalismusresistent. Bei Handnotbetätigung hingegen sind die Türen besonders leichtgängig zu bewegen. Das ISTE 2.0 System ist komplett wartungsfrei. Durch die kompakte Bauform ist es nach dem Plug-and-Play-Prinzip mit nur zwei Schrauben am Fahrzeug zu montieren. Dabei sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Der ISTE 2.0 ist von IWN entwickelt und designt. Die Schlüsselkomponenten werden im eigenen Maschinenpark nach dem höchsten Stand der Technik gefertigt. Die Endmontage findet auf unseren modernen und nach 5S optimierten Montagelinien statt. Auf unseren eigenen Prüfständen werden unsere Systeme auf Herz und Nieren getestet und auf Langlebigkeit validiert. Durch die volle Überwachung und Steuerung der eigenen Prozesse garantiert IWN höchste Qualität und eine stabile Liefertreue.